Da steht ein UAZ, den hole ich ran UAZ ist ein UAG UAJsus? UAJsus Christ, it's Jesus Christ, it's Jason... Da steht auch ein Motorrad, ein zweier Motorrad Ein Moped Bisschen im Westen von mir jetzt gerade An der, an der fuck Fuckboy Shad da Ich fahr direkt rum in die Häuser oben He Äh, nein ich hatte gar keinen, aber nur Opa ist hier oben noch Weit nach Westen Opa hab ich selber In welchem Haus, direkt das daneben? Ja Können wir mal Gas geben, bevor der erste AirDrip wieder durch ist? Nein, hier unten, da und dann links Ja im Bad Ja gut, dann go go Moment, ich hab da hinten geparkt Mein einziges Problem ist natürlich, ich hab kein Scope, aber das regelt sich schon irgendwie von alleine Keiner von uns Wie keiner von uns Also ich hab keinen Scope Ah ja, ok Doch, ich hab nen 4er Scope Oha, brauchst du das ja ne? Naja Adi? RIP RIP Ja hör mal, da war nix, auf einmal fängt man das Moped an sich so übelst zu tilten Anstatt dass er drauf bleibt, ist einfach den Salto macht Nein nein, er fehlt und lässt sich ficken F*** Ich hab jetzt 5 mal auf die Wife gerückt Die, 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 die Fack it, fack it, fack it Why you nigger, cannot drive Nigger, give me your car, ain't no key work Ich hab jetzt hier drin... Nein, ich bin sicher Ich loot hier erstmal weiter, behalte es erstmal Können wir uns doch später machen Wenn wir es überhaupt überleben Warum so ne positive Einstellung, Ben? Hab ich immer Spiel mit Vincent, weißt ja doch Ich versucht Davor zu springen oder was, siehst du, hier hab ich schon Ammo, guck mal Hier ist noch ein Zweierhelm Direkt von der, äh, zwei Zweierhelme Hab schon einen, alles gut, kann sein Nimm dir noch einen Ja nimm dir noch einen, ist klar Hier ist noch ne K Dann tausch ich doch Achso, die wird Vladdy, oder? War das ne K? Ja Boah, wär echt korrekt so Na dann nimm die doch Wenn du sie haben willst, Ben nimm sie dir Komm sofort, ich gucke eben noch, was hier so gibt in ihrem Haus Ah, liegt noch liegt noch Ammo Oh, ich schmeiß die hier gerne nochmal zwei, dreißig hin Das ist schon heftig krass von dir, dass du mir die Ammo da liegen lässt. Böööö. Ja, die SKS will ich aber auch nicht liegen lassen. Soll Ben sich nehmen? Hat deine Sniper. Ich hab ne K. Wo ist die K? Auf meinem Rücken. Also Ben hat sie sich genommen. Ja Ben, du brauchst doch noch Ammo, oder? Nein, ich hab Ammo. Hab welche gefunden? 15 Schuss? Ich hab 30 gefunden, aber mir ist scheißegal. Du bist ne Arschloch, Ben. Halt mich nicht so an. Dann müssen wir das mit den UAZ wiederholen. Fahren wir mit und fahren wir weiter? Zu blau, oder nicht? Oder? Wie sieht's aus? Ich geh eigentlich nicht mehr mit dir reden, Ben. Du hast doch grad mit der SKS gut gespielt. Lass erstmal nach gelb. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Du hast doch gut mit der SKS grad... Wow, der war plötzlich neben mir. Du Tee generiert! Nein, du warst plötzlich neben mir. Du warst grad noch hinter mir und plötzlich warst du neben mir. Ich war die ganze Zeit vor dir. Nein, du warst plötzlich neben mir. Und ich war vor dir. Davor. Ohhhh, first fucking edge. Also hat noch keiner von uns ne SK oder so? Nö, ich hab ne UMP. Nein, machen wir nicht. Ich hau nur ne UMP. Ich auch. UMP die Mini-A, ja. Ja. Ja, aber mit ner UMP kannst du auch Sniper. Oh, da ist ne first edge kick drin. Vincent wurde auch schon leicht getiltet wegen ner... UMP? Wegen nem UMP Sniper. Oh ja. Nicht nur Vincent. Mike auch. Ich hab keinen Platz mehr. Ich könnte ne first edge gebrauchen, ich hab keinen. Dann hol die Hands up. Liegt unten, da wo du's grad gefunden hast, gesehen hast. Hier ist noch ne 2er Weste. Ne Pan. 2er Weste, 2er Weste, ui, ui. Ne Küche. In noch Küche. Küche, du. Da kann ich gestoddert. Auto. Auto. Nordosten. Halt angehalten. Fährt weiter. Ein rausgeschossen. War nur einer. Oder? Ja. Ist keiner mehr drin. Dann ist er jetzt tot. Oh, eins. Komm schon. Hab ein Visier für mich. Daumen fährt noch ein Auto. Berg hoch. Norden. Zweier Visier zumindest. Wo habt ihr den anderen? Kannst du nicht? War keiner. Hier ist ne Pan. Mikro-Ozi. Pan hol ich mir. Okay. Ben, ich bin dran. Okay, Ben. Ich bin dran. 2er hoch. 2er Visier willst du nicht? Ne, ich hab schon eins. Es waren zwei dran. Wie gesagt, Norden ist nur einer, ne? Mindestens. Angehalten? Das kann ich dir nicht sagen. Ich hab nur gesehen, wie sie im Berg da hoch gebrettert sind. Ah. Kann gut sein, dass sie angehalten sind. Kann auch sein, dass sie weiter sind. Ich kann's dir nicht sagen. Ich hab ein 4er-Score zum abgeben. Also ich würd's nehmen. Oh wait. Ben hat ein 8er gecallt. Aber aus dem Drop. Das war jetzt kein Drop. Gebe ich sie trotzdem? Wenn du schon eins hast, gib's die mal. Ben, komm her. Ich will das Auto holen. Komm her. War hier eigentlich jemand in dem Haus? Direkt am Rand? Nö. Habt ihr die Geist schon gelootet? Ich hab ein 4er. Hat sich erledigt. War nur einer. Er willst das 8er haben oder nicht? Ach. Hä? Hast du nicht gesagt, du hast ein 4er? Ben bist du behindert. Er hat ein 8er bekommen bei dem Dude. Nein, nicht bei dem Dude. Ah, random gefunden. Ja. Willst du es aufheben oder nicht? Ja, Moment. Platz. So, kurze Frage. 2er Drop. Air Drop. Südwesten. Fliegst nicht nur Norden. Fliegt direkt nach der Küste lang. Was? Hey. Hadi, ich leg dir hier vorne auch noch was hin. Wir können da hingehen und uns einen Überblick verschaffen. Wo? Wohin? Direkt hier vorne vor die Tür. Oah, nüs. Viele Dank. Für die Blusan. Vielleicht braucht er nur 45 Schüsse, damit komm ich dran. Wo ist denn der Compensator? Wollte ich ja auch noch dem geben. Ja, hier. Aah, hast du noch. Alles klar. Was sagt ihr zu meinem Vorschlag oder wollt ihr zu den Schüssen laufen? Wollte du zu den Schüssen laufen? Nää. Die scpers sind ja... Dann schießen wir aus dem Sumpf raus, das find' ich meh. Da hoch auf den, auf die Hügelkette? Beim Steinbruch? Joa, irgendwie sowas. Seems. Good. Ich muss noch Pizza bestellen oder sowas, ich hab Hunger. Ich hab Hunger, Alter. Mein Brot ist leider gestern verschimmelt. Aber ich hab ja kein Geld mehr. Oh, links Auto? Wo? Richtung? Ist weg. Weiter gefahren. Ich hab's nicht mal gehört, deswegen... Alter, wir laufen... Äh, enemies spotted. Ja, der Jeep, der ist direkt nördlich von uns. Sie sind ausgestiegen. Sind wirklich straight nördlich von uns. Weißt du, wo sie hingelaufen sind? Westen, Osten? Nach Süd, Südwest. Unsere Richtung ungefähr. Bisschen westlich vielleicht. Ich glaub, da sind Häuser. Nee. Die könnten so in den Häusern gelaufen sein, weil wir grad drin waren. Der war jetzt mal ohne Witz, wenn wir... Wenn wir alle straight irgendwo Richtung... Südosten laufen und ich sag links, frag nicht wo. Bitte, das ist dumm. Links ist... Nein, ich möchte eine genauere Angaben. Links hat 180 Grad. Links, aber... Ja... Spiel. Ich hab überall links geguckt, nur nicht straight nördlich. Ja, weil die dann weiter gefahren sind. Ab da hatte ich schon nichts mehr gehört. Ich hab die nur kurz links gehört. Da waren die schon gerade so noch in Range, dass ich die hören konnte. Ich komm hier gar nicht hoch. Dementsprechend kann ich nichts genaueres sagen. Ich komm hier nicht hoch. Ich rutsche runter. Oh fuck. Meiner kann nicht... Meiner kann nicht sklettern. Ich riskier's nicht nochmal. Da steht ein Datsch hier Südwest. Im Wald, ja. Im Wald. Hm. Aber hier vorne geht's hoch. Ich lauf einfach jetzt hoch. Was der da macht, keine Ahnung. Ich rutsch wieder. Geil. Schüsse im Südosten. Hier ist noch ein Dreierhelm unten. Auf dem Holzturm. Oh yes. Ja, wir sind gerade noch an der südlichen Kranze. in der Zone. Oh Gott. Wir sollten wieder zurückgehen. Wir sollten hier irgendwie... Woh ne. Wir gehen hier hoch. Wir gehen hier hoch. Und dann äh... Circa da hinten. Circa. Vergesst nicht die Guys im Norden hinter uns waren. Ich will nur kurz den Tower noch looten. Okay, nix dran. Wir haben hier oben halt dann die höhere Position, ne? Ja. Müssen wir auch beim runtergehen aufpassen, dass da keiner unter uns steht. Wir sollten nur drauf achten wegen nem Dutch hier jetzt. Dass da... Dass die da im Wald noch stehen. Weil da halten wir ein leichtes Problem. Airdrop? Ja. Kommt direkt auf uns zu. Ja, der wird aber irgendwo Mittiger wahrscheinlich runtergehen, oder? Er könnte auch noch hier bei uns direkt runtergehen. Äh... Einen Knocked Out. Ich war der tot. Ja, hab ihn. Äh... Looten ist nicht, oder? Du kannst doch hinlaufen, wenn du... Nein. Ungern. Wir haben zwei Airdrops direkt nördlich von uns. Aber die sind ein Stück weg. Die sind da, wo die Typen aus... Ja, drücke. 300 Meter. Die sind da, wo die Typen ausgestiegen sind. Ja, Schüsse. Ja. Die sind direkt hier vor uns im Sumpf. Und da, wo der Dutch... äh, wo der Jeep halt stand, ne? Wo die ausgestiegen sind, sag ich mal. Ja, klar. Nein, näher dran. Oben aufm Berg... Äh... Was das? 330. Würde ich ignorieren. Mach'n Berg 330 seh' ich nix. Ich seh' auch die... die Drops nicht mehr. Kann ich nicht im Blick behalten. Wow. Boah. Boah. Ich wollt grad sagen. Rumst. Äh... Wir haben keinen Blick nach Süden grad mehr, ne? Fuck, wo landet der Schuss? Ich seh' ich's nicht mal. Ah, fast. Äh, ich seh' zwei Gegner. Nordosten 60. Unten oder am Tal? Ich muss mal sie haben. Hoppett? Ich hör's nicht. Westen? Also die können bei dir hochfahren unter Umständen. Ach ne, der fährt dort im Sumpf rum. Ne, der fährt im Sumpf, ja. Ne, der fährt im Sumpf, ja. Ne. Irgendwo im Osten von uns ist noch ne S-A-S-A-S-A-S-A-S. West, die da rumrollert. Wir müssen nach Nordwesten. Die Jungs haben uns auf jeden Fall gehört und die werden gleich in die Richtung kommen. Oh, Schuss auf mich. Schuss auf mich? Ja, aus dem Westen. Westen. Die sind unten aber von uns, glaub ich. Nein, nein, die sind oben drauf. Ja. Lass einfach mal hier runter gehen, die müssen doch eh wieder nach Nordwesten. Was ist das hier? Was? Ja, ich bin einfach stecken geblieben beim Laufen. Du bist gegen ne Wand gelaufen, Bladdy. Lass einfach mal hier zirkeln. In der Richtung. Ja. Bladdy, Bladdy, lass erstmal Low Profile gehen eben. Ja. Bladdy? Irgendwann haben wir noch ein Moppet, ne? 38 Schuss. Ich hab noch Schuss, ich kann genau was abgeben. Und, 90 Schuss. M4. Ben, was hattest du? Ich hab noch über 100 Schuss, ich kann noch was abgeben. Hab ich gesagt. Nice, dann warte ich hier mal kurz auf dich. Und 20 wird reichen. Danke. Also, Strait im Norden dürft ihr nicht vergessen. Da haben wir drei Gegner, hab ich da gesehen. Auf dem Berg. Die sind runter gelaufen. Na, was kann ich jetzt nicht mehr sagen. 16 Sekunden, wir müssen ein paar Meter machen. Ja, wir müssen reinlaufen. Enemy spottet direkt 3-3-0 auf dem Hügel vor uns. Aber nicht schießen, wenn die auf was anderes schießen jetzt. Wir müssen, wir müssen näher ran. Ja, wenn die auf was anderes schießen. Die liegen da still, die liegen da still. Dann gehen wir uns achten. Wird geil gewesen. Also, ich laufe hier weiter nach Oren gedeckt, ne. Weil die Zone kommt gerade. Und schankt. Und schankt. Ben, vorsichtig. Egal, wer die Stun geschmissen hat. Arschloch. Hier ist noch. Muni. Für alles. Oh, Medics. Da ist noch Medics-Stuff dran. Yay. Ich ruß mich jetzt erstmal hoch. Ich muss mal kurz im Osten Leute beschießen, die da wiederbeleben. Im Sumpf haben sicher welche wiederbelebt. Ja. Ich hab'n zwei Headshots gegeben auf'n 3er-Helm. Und der zweite war schon ausgenockt. Deswegen musste ich mal kurz schießen. Ich halte ein bisschen Ausschau Richtung Nord-Nordwest. Steady Hall. Zumindest da, das Stück, wo ich hingucken kann. Wir müssen nach Nord-Osten, bloody. Yeah. Ja dann. Da steht noch ein Moped. Fußet euch nochmal hoch. Da sind unsere Moppeds hier. Ben, hier ist schon weiter vorne. Es sind noch 7 Leute da. Oh! Hinter mir? Im Haus, oder am Haus. Nein. Im Sumpf irgendwo. Lady, 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 move hier zu mir. Los. Lady, move zu mir. Kann euch da keine Deckung geben. Komm nicht, ich lebe noch. Ich geh jetzt da Richtung Ben. Puls hier ins Haus rein, halb mich hoch. Die Zone kommt. Ja, ich muss mich hochreißen, sonst bin ich eh tot. What the fuck, Dude? Hab ihn gekillt. Nice. Die Heilung ist fertig, ich kann jetzt hier durchsprinten. Manchmal bin ich einfach froh, dass die Umpa doch ab und zu mal da hin schießt, wo die hin zielt. Ab und zu, die schießt doch mega genau. Drei Gegner. Äh... 30 zu den 15 und 30, hinter den Bäumen. Hab ich grad noch gesehen, die Füße, die sich bewegt haben. Da kommt der Nächste. Sorry. Ja, die sitzen da oben auf dem Berg. Äh, 60 Nord-Ost direkt. Ja, die dürfen kommen zu uns. Dadi, du bist da glaub ich der Einzige, den sie sehen können. Dich haben sie glaub ich nämlich auch entdeckt. Oh shit. Ich hab gleich, ich hab gleich ne Flanke von denen. Gut gesmoked. Ein Knocked Out. Nice. Der Hit war schön. Einen ausgenockt. Einen mit dem Flinken. Tot. Oh shit. GG. Es ist, es ist so lächerlich. Hau. 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 Hau.